Alle starren so wieder auf die Kiste. Achso. Ja, da kriegen wir ja immer noch nicht. Moment, wo bin ich denn jetzt falsch abgewogen hier? Da, Empfang? Nee, war das richtig? Empfang? Nee, da wollten wir nicht hin. In der Treppe runter? Nee, auch nicht. Ich will auch nicht. Ganz klein. Achso, nee. Probiert. Laborempfang. Eingang zur Notaufnahme. Aber die Tür ist doch offen zur Notaufnahme. Eingang der Notaufnahme. So, Moment. Achso. Ja, wieder. Ja, noch wieder. Ja gut, dann können wir jetzt da an der Seite durch. Dann können wir die Treppe rauf. Ja, eher, achso. Ja. Wo wollten wir jetzt hin? Schwesternstation, ne? Genau. Ja. Wo wir natürlich so jetzt nicht hinkommen. Nicht so einfach. Ach ja, hier außen rum. Lusthaft, ja. Apropos, war hier außen rum? Nee, der war ja tot, der Mann, ne? Ja, das war ziemlich. Hm. Da kommt auch keine Tür auf. Okay. So. Jetzt gehen wir genau aufs Schwesternzimmer hinzu. Ach, das war das. Okay. Und dann? Ach, der Tresor war das. Ach, der war das. Okay. Scheiße. Und da ist das Behandlungszimmer, oder wie? Da ist gar nichts. Ah. So nebenan war das Krankenzimmer. Ja. Ja, aber da muss doch da irgendwo die Kassette sein. Ah, ne. Ah, ne. Behandlungszimmer, sowas. Oh, ich Gott. Das ist mehr. Ah. Ah. Das ist mehr ruff. Das ist mehr ruff. Das ist mehr ruff. Es ist mehr ruff. Da ist mehr ruff. Gut. Die ist nicht so, dass ... Nein. Ich wollte in dieses scheiß Behandlungszimmer, das gibt es doch nicht. Wieso ist da zum Beispiel die Tür rot eingezeichnet? Obwohl, da doch auch offensichtlich... Hat nicht einer von euch hier irgendeine Karte dabei? Woke. Woke. Two was Onyx. Stonisch. Geh doch einfach mal da unten durch. Ich meine, da ist doch Platz. Du hast doch nicht mehr im Rücken. So, so. Was? Weißt du doch gar nicht. Ja, ok. Was? Bei mir ist das nicht. Nee, ist das nicht. Bei mir auch nicht. Sind das die netten Klopfer? Kannst du direkt mal zurückklopfen. Nee, nein. So im Klopstraße. Ja, hätte ja sein können, dass das nicht die Anderen wird. Das sind nicht die Anderen. Oh, ich hatte auch keiner was. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das sieht so vielversprechend aus hier, aber irgendwie... Ja. Ja. Da. Der Schlüssel. Hossa. Badum. Das sieht doch gut aus. Ja. Da sollte doch irgendeine Tür... Ah, mehrere. Mal gucken, wie uns da gleich wieder entgegengesprungen kommt. Genau. Genau. Hab ich nämlich grad gedacht. Hoffentlich ohne Überraschung. Wanderschuh. Die Blendgranate ist jetzt aber nicht euer Ernst hier. Toll. Das wollten wir nicht. Wir wollten das andere. Die Kassette. Ja. Oh, fuck! Okay, der ist wohl tot. Na, nee. Nee, glaub ich nicht. Da haben wir die... Ah, ne Karte. Und wir haben wieder keinen Platz, aber ich will auch keine... Kannst du Schlüssel wegschmeißen? Ach ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Musst du zuerst machen. Sehr schön. Aber jetzt haben wir noch nicht die Kassette. Hm. Nee, aber... Aber die kriegen wir jetzt im Behandlungsraum. Ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehrere Türen damit auf mit dieser Karte. Und wir kommen jetzt in den Behandlungsraum, wo die Kassette ist mit der Karte. Auch nicht allesatzte, oder das wäre das nicht so schlimm. Aber gut. Mal, mal eben gucken ... Oh. Wir können jetzt wieder zur Schwesterzimmer. Genau. 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 Wir sind alle ja da einig. Ja, genau! Uh oou! Ohhhh... Woher kommt der? Ohhhh... Ohhhhh... Ohhhh... Ohhhh... Was bist du denn verhandelt? Scheiße... Was bist du denn? Du bist aus wie ne Spinne... Entschuldigung... Ne das ist keine Spinne... Ohhhh... Das ist doch schnell... Hast du gesehen was da zur Seite gepusht? Ja... Wow... Ohhhh... Alter... Ach du Scheiße... Ja... Eieieiei... Das war das Ding was eben so vorbeigeflitzt ist... Ha... Herzes ey... Ja aber der hatte Mundwerkzeuge... Mundwerkzeuge... Total entsetzt... Das hier links... Schädel weggeschossen... Alles mögliche... Alles kein Problem... Uhhh da hat der Mundwerkzeuge... Ach Gott... So... Einstecken... Pfff... Pfff... He... Oder auch nicht... Oh... oder auch nicht... Ohhhh... da sind zwei drin... Ja... Ich bin aber an den Zaun... Die toben sich aber da aus drin... Ja... Bist du... bereit? Angeschnallt? Hast du genug Position? Ja doch sind wir nicht im selben Raum... Wie es aussieht... Aber dafür ist hier jemand anders... Guten Tag... Frau Doktor... Ja... Pum... Pum... Verdammig... Unendlich ein Dietrichchen... Ja... Schön... Können wir vergessen... Können wir vergessen... Können wir vergessen... Aber hier sind wir... Ah... Das hast du die Tür wieder aufgemacht... Okay... Okay... Da... Jetzt kommen wir da wenigstens mal durch... Aber... Aber wir müssen zu den Vorschlägen... Ja... Wart... Gib alles... Eine andere Waffe... Ich geh... Ich raue erstmal eine Handgranate rein... Ja... Uhhh... Sag das einfach... Glaube ich nicht, dass du das tust... Doch... Ja, cool... Das war ja mal sehr schön... Ja, war schon schön... Die haben des Maschine... Das war schön... FeINee... Kopfbätschel... Oh man, Kassette. Kassette. Ich muss mir sowieso was reinziehen. Kannst du die Kassette bestimmt einlegen? Ja, denke ich auch. Ich muss das nur bei Dings benutzen. Genau. Spracherkennungsteil. Okay, mehr ist hier nicht. Reicht doch. Ja, ja. So, müssen wir dann hin. Was ist denn das da? Ein krankendingsbums. Ja, das ist glaube ich die rote Pflanze hier, die ich nicht mitgebracht habe. Ach, okay. Alles klar. Obwohl, ich könnte auch die Brenngranate wegschmeißen. Da ist auch noch Platz inzwischen. Egal, wir nehmen die jetzt mit. Was ist denn jetzt? Ja, ich weiß noch nicht. Ähm... Wo willst du denn hin? Runter. Puh! Kannst du aber auch über das Dach springen. Ah ne, doch nicht. Da kommt man ja nicht über... Doch. Doch aus dem Fenster hin. Ja, genau. Ja, das war schon. Kopfzähl. Alles klar. Ja, mach ich doch sowieso immer. Die haben ja gerade auf die Eier schießt, aber die haben ja keine. Wer weiß. Die haben wir noch nicht gefunden. Ja, gut. Wir sind wo. Eigentlich sind wir zur Notaufnahme. Ja. Da wollen wir hin, ne? Mhm. Ach. Oh Gott. Das war doch mal nur einer. Ja. Haha. Jetzt kommen wir auch mal an die Kiste und so. Huh. Musik gefällt mir auch nicht so. Nee. Opi. Kann man auch noch ne Garde reinschieben. Ja, genau. Super. Kannst halt kombinieren. Genau. Ach. Sehr nötig. Junge Frau, bleiben Sie jetzt mal liegen. Haha, ja. Ganz ruhig. Wie wohl du hier bist es. Haha, genau. Pbusch. Ui. Nicht, das wir gleich auf der Lige landen. Haha. Viel Munition. Ihr Inventar ist voll. Ja, es fiel mir auf. Kannst du das grüne Kraut nicht noch mit dem, was du sowieso schon gemischt hast, vermischen? Dann hast du da eins frei. Warte, ich probiere mal gerade was. Aber ne, das hilft auch nicht. Das grüne Kraut womit nicht? Ach cool, du hast eins frei. Ach, siehst du durchs Nachladen hat es dann gekloppt. Ja. Oh, 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 oh. Ah, die brauchen wir nicht. Oh, eine Handkranade. Ja, genau. Ist okay. Betrifft verlorene Gegenstände. An alle Mitarbeiter. Patienten berichten uns zunehmend von verlorenen, gefangenen, äh, gegangenen, in verloren gegangenen Gegenstände. Wenn Sie etwas finden, von dem Sie nicht sicher sind, wenn es gehört, nehmen Sie es nicht mit nach Hause. Bitte legen Sie es in den Safe in der Schwesternstation. Die Kombination des Saves ist neun im Uhrzeigersinn, drei gegen den Uhrzeigersinn. Auch mehr nicht. Können bitte einmal notieren. Ich hab wieder keinen Stift. Warum? Wo sag ich meine ganzen Stifte? Ja, ich... e bitte nicht. Good. Das war's.